Hallo euch allen, dann sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir haben das nächste Solo-Battle, das neunte, glaube ich, in dieser Woche auf dem Zettel stehen. Es geht gegen das Madden Red Dragons Team. Ich bin zu Hause hier in Dallas. Wunderschön AT&T Stadium und da kommt der Kick auf. Das heißt, die Dragons beginnen nach gleich mit ihrer Offense das Spiel zu eröffnen. So, dann schauen wir mal, wer Quarterback spielt. Ich bin gespannt. Ich stelle natürlich erst mal unsere Defense entsprechend ein. So, 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 so. Cover 3 Match. Fangen wir erst mal ganz konservativ an. Drew Brees, der Rekordhalter, was geworfene Yards der NFL angeht. Gleich mal ein vollständiger Pass. Bis an die 36 Yards fliegende 7 Yards bedeutet zweiter Versuch und 3. Wir gehen in eine Cover 3 Sky Defense hinein. So, gerade eben kam ich an dem Tackle überhaupt nicht vorbei. Ich versuche jetzt mal, ob ich über die Innenseite kommen kann. Auch die ist leider zu. Das hat, glaube ich, zum First Down gereicht. Da war der... Nein! Da wird zurückgepfiffen. Dritter Versuch und 2. Wäre der Receiver einfach liegen geblieben, hätte es gereicht. Dann wäre der... der... der Fortschritt gestoppt gewesen. Aber jetzt nur mal versucht, nach vorne zu kommen. Und dieser Move zählt dann. So, Drew Brees, der ist aber komplett in mich hineingelaufen. Guten Tag, mein Name ist die Markus Barwens. Ich bin hier um Sie zu Second. Three and out. Das hat doch mal sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt kommt Deon Sanders. Schöner Spin Move. Bis an die 45. Schön und wie schön. Da bin ich doch sehr zufrieden mit. So. Wir wissen ja noch, was am letzten Spiel passiert ist. Ich würde also jetzt wirklich versuchen, mal das Laufspiel zu etablieren. Aber wirklich zu etablieren. Blitz von der linken Seite. Da sind wir jetzt relativ schnurz. Aber wir laufen ja durch die Mitte. Das sorgt schon mal für, dass wir die Mittellinie überquert haben. Zweiter Versuch und 4. Das ist genau das, was ich haben möchte. So, Halfback Power. Das muss eigentlich, äh, das muss eigentlich Eddie George sehr liegen. Wir laufen ab und wieder über die rechte Seite. Jetzt aber zwischen, äh, Tackle und Guard. Da kommt noch ein schöner Block. Ey, ey, das ist Eddie George. Das kann er halt dann. Ähm. First Down an der 36-Jagd-Linie. Über die, über die Innenseite. Da ist Eddie George wahnsinnig stark. Über die Außen ist Elliot stärker. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber das ergänzt sich sehr gut. So, wir laufen wieder über die Innenseite. Solange ich den Ball auf dem Boden halten kann, werde ich das versuchen. Drei Jarts Raum gewinnen. Bedeutet, zweiter Versuch und 7. So, wir laufen über die Außen. Zweiter und 7. Oh, da kommt ein Blitz über die linke Seite. Dann kann ich da natürlich nicht mehr herlaufen. Beim Audible, wir machen einen Slant. Ich schaue mir an, was Cooper macht. Und ich schaue mir an, was Terrell Owens macht. Ich habe hier auch auf den letzten Drück, habe ich den geworfen. Bevor ich gesackt wurde. Aber, das war ein 21-Jagd-Pass, der mich gleich in die Red Zone der Red Dragons gefördert. So, noch 12 Sekunden auf der Uhr. Da können wir auf jeden Fall noch einen Spielzug laufen. Wieder Blitz von der linken Seite. Wir bleiben trotzdem bei unserem Play. Und kommen bis an die 8-Jagd-Linie. Also, wieder 4-Jagd-Raum gewinnen. Das sind genau die Yards-Entfernungen, die an der Defense wehtun. Wir sind im dritten Quartner. Zweiter und 6. Wir laufen jetzt über die linke Seite. Auch wieder über die Mitte. Den Glitz hätte ich auch kommen sehen. Aber ein Cornerback oder ein Safety, der kriegt, glaube ich, Schwierigkeiten, Eddie Jobs zu tacklen. Aber jetzt haben wir einen dritten Versuch und 5. Wir haben bis jetzt noch keine Punkte auf dem Scowboard. Also, jetzt nutzt uns bis dato alles nichts, wenn wir hier nicht punkten. Ich schaue mir auch uns an. Ich schaue mir Sharp an. Sharp ist da. Mutter sehen wir alleine. Aber das hat, glaube ich, nicht für ein First Down gereicht. Vierter Versuch und 1. Freunde, was tun wir? Halfback Dive durch die Mitte. Und jetzt machen wir da ein Audible draus. Quicksland auf Terrell Owens. Und da ist der Touchdown. Der vierte Versuch war erfolgreich. Ich glaube, mit dem Lauf hätten wir es nicht geschafft. Dafür haben sie die Zuflieder in der Mitte zusammengezogen. Uiuiui. Trotzdem, das war knapp. Bringt uns aber eine 7 zu 0 Führung. 12 Sekunden vor dem 2 Minute Warning. Das war ein guter Drive. So, an der einen Jagtlinie bringen die Dragons den Ball wieder ins Spiel. Und starten jetzt in ihrer 28 Jagtlinie noch 8 Sekunden bis zum 2 Minute Warning. So, wir bleiben in der Cover 3 Match. Erster Versuch und 10 an der 28. Oh, der ist intercepted. Da waren zwei Verteidiger. Da geht es eigentlich nur darum, wer von den Cowboys die Interception macht. Ganz schwacher Pass von Drew Brees. Gleiches Spiel laufen. Weil da können wir auf jeden Fall nochmal mit Sicherheit mindestens in 3-4 Range. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich gewöhne mich langsam, Eddie George. Hat einen anderen Laufstil. Natürlich als der kleine Ezekiel Elliot. Aber nichtsdestotrotz. Das ist schon gut. Und 2nd End Inches laufen wir stumpf weiter durch die Mitte. So, die letzten 2 Minuten haben angebrochen. Da muss ich wirklich nur einfach nur den Stick nach vorne drücken und Eddie George läuft nach vorne. Erster Versuch und 10 an der 25 Jagtlinie. So, wir laufen über die Außen. So, Terrell Owens, wenn er 1 gegen 1 geht, ansonsten versuche ich nicht über die Mitte zu gehen. Wir nehmen die 4 Verticals. Auch Shannon Sharp ist da recht gut gedeckt. Kurzer Pass noch auf die Titan Swain. Ich will nämlich nicht, ich wollte eigentlich laufen, aber der hätte mich der, ähm, das war glaube ich ein Defense Tackle, der hätte mich in den Boden gerammt. Dritter und 7. Dritter und 7. Was nehmen wir da? Wir nehmen die 4 Verticals. So, ich schaue mir Sharp an. Beziehungsweise würde ich gerne selber laufen und laufe in den Block hinein. Da war eine riesen Lücke. Ah, schwacher Spielzug. Wir sind an der 30 Jagtline. Ähm, da müssen wir nicht drüber reden, ob wir da einen 4. Versuch ausspielen. Da werden wir versuchen, ein langes Fieldcall in 47 Jadern zu erzielen. Das müsste aber eigentlich klappen. Bailey, juh, juh, juh. Souverän ist anders, äh, aber 10 zu 0. Noch 34 Sekunden auf der Uhr. Die Red Dragons erhalten den Ball noch einmal wieder zurück. Wieder an der 1-Jart-Linie starten sie mit ihrem Return. Da hat es gerumpst an der 24-Jart-Line und dort kommt jetzt Drew Brees wieder aufs Feld. Ja, also die Interception, die hat er eben geworfen hat, die war schon echt seltsam. Also in der, in der Doppel, also fast eine Dreifach-Deckung schon zu werfen. Sehr, sehr riskant. Da muss ich auch sagen, meine, 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 meine Linebacker-Unit ist ja so mein, das Glanzstück meiner, meine, meine Defense. Und das war schon das Ende der ersten Halbzeit. So, und auch jetzt wird's wieder schön, weil wir dürfen retournieren. Jetzt dürfte Herrn Gruden nicht so gut gefallen, weil da hinten steht ein gewisser Deion Sanders. Der bekommt schöne Blocks hier. Schöner Spin-Move, immer noch auf den Beinen. Und kommt bis an die 44-Jart-Linie. Also, auch wenn das war zwar jetzt kein Kick-Return-Touchdown, aber da waren sehr schöne Moves mit dabei. Wir sind an der 44-Jart-Linie, das ist natürlich sehr, sehr gut. So, wie gehabt, wir laufen durch die Mitte. Eddie George. Schöner Spin-Move und da ist er durch. Und da kann auch ein Eddie George mal richtig Gas geben. Touchdown, Cowboys. Gleich im ersten Offense-Spielzug der zweiten Halbzeit ist Eddie George durch. Der P.E.T. ist ge... Boah, das war verdammt knapp. Wir haben ja schon geblockt gesehen. 17 zu 0. Ich glaube, da können wir uns doch auch aufgrund der bescheidenen Offense-Leistung der Dragons relativ beruhigt uns jetzt die zweite Halbzeit angucken. An der 29-Jart-Linie kommt Drew Brees wieder aufs Feld. So, Cover-3-Match, ganz konservativ. Da müssen wir gar kein großes Risiko eingehen. Haben sie eigentlich schon überhaupt einen First-Downer zieht? Ich weiß es gar nicht. Wenn nicht, dann haben sie es jetzt. Charcon Barkley läuft durch die Mitte. Ist mit einem Running Back wie Barkley einer ist eigentlich gar nicht das Verkehrteste. Er hat auch eine sehr starke Truck-Fähigkeit. An der 44-Jart-Linie, ein neues First-Downer. Schönes Tackle von Ryan Chazir. Zweiter und sieben. Ich bin ja eigentlich jetzt gerade kein so großer Freund von. Zweiter und sieben. Laufspiel wieder durch den Hütter. Wieder was Chazir, der als Middle-Linebacker das Play beendet. Dritter und vier. Genau an der Mittellinie. Aber das Schöne, ihr seht ja die Zeit tickert runter. Das meint nicht so an der Cover-3. Wow, der war hart. Der war so hart, dass er den Ball nicht festhalten konnte. Das heißt, die Dragons müssen hanten. Gutes Spiel der Special-Teams. Hätte ich eigentlich zu sicher, da wäre ein Faircatch eigentlich schlauer gewesen. So, an der eigenen 16-Jart-Linie. Logisch, ihr kennt das Spiel jetzt. Eddie George durch die Mitte. Wieder eine riesen Lücke. Boah, das ist unfassbar. Der ist schon wieder durch. Touchdown Cowboys. Eddie George. Zweiter Touchdown. Ganz souverän gemacht. Jetzt haben wir eine 24 zu 0 Führung. Gut. Wenn ich mittlerweile nur noch einmal Eddie George den Ball beim Hand-Off geben muss. Und der läuft dann durch die Mitte. Ist das absolut ausreichend. Ja, und die arme Offense. Der Dragons muss schon wieder auf das Feld. Sie sind aber mit einer etwas besseren Feldposition an der 30-Jart-Linie. Starten Sie Ihre nächste Anriff-Sequenz. Wir bleiben in der Cover-3. Machen das ganz konservativ. Erster Versuch in 10. Boah. Der hat der Rancher so die Riesen-Chance zur Interception. Weil im Moment des Abwurfs, glaube ich, ist Drew Brees davon die Markus-Wehr übel angegangen worden. 2010. Langer Pass. Oh, der war gut. Aber konnte nicht festgehalten werden. Okay, also Drew Brees wirft immer in eine in eine doppelt und dreifache Decke. Ich meine, er ist ein sehr guter, aber das ist ein Wahnsinns-Risiko, was er da eingeht. 3 und 10. Oh, schwacher schwacher Tackle-Versuch, aber Gott sei Dank der war schon wieder hinter, hat es ausgebügelt. Und schon wieder ist Schluss. Ah, der war gut. Sehr, sehr guter Punt. Also die Special Teams das ist das Einzige, was wirklich gut spielt von den Red Dragons. Ich nagel mich jetzt an der 5-Yard-Line fest. Jetzt kommt wieder der Spielzug, den sie hassen werden. Wir gehen wieder durch die Mitte mit in die George. Müssen wir machen, sie die Mitte aber zu. Aber trotz alledem erzählt George das Fangobie-Sexy-Hards, die er gemacht hat. Das ist perfekt. 2.9.4 So, 2.9.4 Eddie George jetzt ist man die linke Seite außen herum. Schöner Spin-Move. Ein Huddle. Mein Gott, auch das kann er. Freunde, damit sind wir schon an der 20-Yard-Linie. Halfback-Dive durch die ich. Warum soll ich hier passen, wenn ich ein so gutes Laufspiel habe? Erster Versuch an der 20-Yard-Linie. Das ist alles von der Linebacker. Ich lasse Eddie George trotzdem laufen. 2.8 194er an einem Average von 14,9 Yards. Wahnsinn. Da waren ja zwei Monster-Läufer mit dabei. Wir laufen jetzt über die linke Seite innen. Und er tanzt sich da einfach durch. Also selbst ein Middle-Linebacker war gerade nicht in der Lage, ihn zu tacklen. Und ich habe ja noch nicht mal den Aggressive-Modus hier eingestellt. Dann bin ich mal in den normalen Challenges gespannt, wie sich das noch auswirkt. So, wir laufen über die rechte Seite. Hätte ich schon früher und früher rüberziehen können. 2.2 und das dürfte, ja, das ist jetzt mal beim 2-Minute-Warning. Dann lassen wir die Uhr einmal in alle Ruhe runterlaufen. Ich bin gespannt, inwiefern die Red Dragons vielleicht noch mit ihren Auszeiten arbeiten werden. Weil bei 24 Punkten Rückstand ist das eigentlich nur den, 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 die bevorstehende Niederlage herauszögern. Wieder lauft durch Eddie George, da wäre er schon fast wieder durch gewesen. So, war ja erster Versuch an der 47. Und das ist so, die Dragons nehmen ihre Auszeiten nicht. Wir laufen weiter durch die Mitte. Ich glaube, mit Eddie George über außen werde ich gar nicht mehr groß laufen. Ich mache auch mit Eddie George über die Mitte. Und da haben sie mal gestoppt, weil da hat der Block nicht gesessen. 2. Versuch in der 11. Uhr läuft weiter. Jetzt laufen wir mal durch die Mitte. Ich überlege gerade schon, ob ich das nicht einstellen soll, ob die beiden sich nicht abwechseln sollen. Elliot und George. Das spricht ja, wie ich sage, wenn der Running Back Kondition verloren hat, und der andere rein. Damit die sich abwechseln, Spielzug für Spielzug, weil die sind eigentlich beide so gut. Ich glaube, das mache ich. Das werde ich gleich mal versuchen einzustellen, ob das geht. Ich hoffe, dass ich ja einen Automatismus für finde, wenn ich das jedes Mal mal auf der Hand gemacht werden muss. Weil das finde ich schon ziemlich doof. Wir haben einen 4. und 12. An der eigenen 45. Panten wir den Ball weg. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schon wieder ein sehr guter Punt. Boah. Chris Jones, der Panther. Das ist ein echtes Tier. Ich muss also gar nicht dieses Risiko, irgendwelche Versuche ausschließen. Muss ich gar nicht machen. Der Mann, der puntet so gut, eben bei einer an der 6, an der 7, jetzt der an der 6-Line. Fabelhaft. Viel Druck. Direkter Tackle. So, das heißt 2. und 7. Oh, wieder Druck. Oh, fast die Interception. Ryan Chazier, der ist wirklich sehr aufwendig. 3. und 7. Ich glaube in der Cover 3. Das ist für mich die Defense-Formation, die momentan auch bei dem Spielmaterial, die ich zur Verfügung habe, ideal ist. Müssen sie Panten von ihrer eigenen neuen Yardline aus. Da kommt der Punt. Da steht ein gewisser Deion Sanders. Den haben wir ja schon kennengelernt. Spin Move. Auch nochmal wieder bis an die 41-Yard-Linie. Machen wir mal ein Tross über die Außen. Ich glaube, wir laufen aber über die linke Seite. Und das war's. 24 zu 0. Das war Souverän. Bis zum nächsten Mal. Tschau.